Shopping Haul. Wir waren bei Galerie Lafayette und ganz viel Second Hand Shoppen. Bei mir ist es so, dass ich die Mischung brauche zwischen High End Stuff und Second Hand. Fangen wir mit meinem High End Piece an, was ein absoluter Grail bei mir war. Dieser Miss Behave Pullover. Was? Oh mein Gott, ist der schön. Probieren wir ihn mal an. Geil. 10 von 10. Bester Kauf. Ich war bei zwei Humanas. Und ihr glaubt mir nicht. Ein Fortnite Shirt. Es ist nur ein Busch. Kopf. Einfach Kopf, nicht drop. Das ist ja mal so nice. Hat mich trotz dessen, dass es in Humana war, 8 Euro gekostet. Ich sehe aus wie ein kleiner Elfjähriger. Ich liebe es. Was sind denn das für Arme? Ich wette, das Shirt hat einen kleinen Jungen gehört. Nice. Ey, der hat nicee Ärmel. Geil. Daher hat trotz dessen, dass er von Humana ist, 15 Euro gekostet. Wieder Strick. Das Ding hier. Und ich glaube, dass wenn man nur ein Bikini anhat oder ein Bikini-Oberteil, das todesgeil aussieht. Viele können es sich wahrscheinlich gerade nicht vorstellen, aber ich mache daraus was richtig Nices. Ja doch, lasst uns den mal in einem anderen Video stylen.